Wir sind jetzt in der Stoltenstation von Villa Martin, Auffangstation San Anton und wir sind dann jetzt sehr genervt, da kommt eines großen Auto mit Futter aus Deutschland an. Das Futter ist gut für die 125 Hunde, die hier aufgenommen sind und sie können davon eine halbe Jahre fressen. Untertitelung. BR 2018 Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns hier auf Ihre Ankunft. Die Hunde erwarten sehnsüchtig auf das Futter, 23.000 Kilo, da können unsere Hunde eine halbe Jahre von fressen. Super, gern geschehen. Und ich wollte Mercedes-Benz herzlich danken und auch Tierherberke Donster, galbenhilfe.de, denn ohne Spenden können wir keine Hunde retten. Vielen Dank, vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieses Fütter ist das Fütter für die erwachsenen Hunde. Das kommt her. Und wenn dieses Fütter fertig ist, kommt das Ketzenfütter und das geht ins Ketzenzimmer. Und am letzten kommt das Welpenfütter und das geht unten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.